Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Mein Name ist Marco Reus, ich bin Gründer und Inhaber der zuvielbezahlt.de GmbH und hier auf diesem YouTube-Kanal geht es um die Sicherheit eures Vermögens. Und wir haben ja vor kurzem über das Thema Schiller-Cape-Ratio gesprochen. Wir haben über die Verlustmöglichkeiten an den Märkten besprochen, ausgelöst durch diese irrationalen Aktienmärkte, auch durch die Notenbank-Politik dieser Welt. Und mir hat ein Kommentar besonders gut gefallen unter einem der letzten Videos, wo also auch dieser Buffett-Indikator nochmal ins Rennen geschickt wurde. Ja, deswegen entsteht auch dieses Video hier, denn er darf natürlich auch nicht fehlen, wenn man heute die Märkte mal bewerten möchte, was es mit diesem Buffett-Indikator auf sich hat, wie man den in seine Anlageentscheidung mit einfließen lassen kann und wie er berechnet wird. Seht ihr, wenn ihr das Video bis zum Ende anschaut. Und ja, legen wir doch am besten gleich los. Also nochmal Danke an den Menschen, der den Kommentar losgelassen hat, denn er hat mich nochmal dazu animiert, auch ein Video über den Buffett-Indikator zu machen, der sich wie folgt berechnet. Also der Buffett-Indikator funktioniert wie folgt. Er wird berechnet, also es gibt dann immer solche Werte hier, die sich in Prozent ausdrücken. Er wird berechnet durch die Marktkapitalisierung eines Landes, geteilt durch das Bruttoinlandsprodukt desselben, also des Landes auch. Ich werde es in der Videobeschreibung auch nochmal beschreiben, wie sich das verhält. Also wir berechnen hier mal den Buffett-Indikator für die USA, denn die USA haben ja eine Marktkapitalisierung der Welt, ja, also ich halte es mal hier in die Kamera, von 54 Prozent. Also wir nutzen ja solche Matrix-Bücher auch, wir Vermögensverwalter, da kann man das wunderbar rauslesen auch immer. Also die USA hat im Jahr 2018, also am 31.12.2018, das hat sich jetzt ein bisschen verschoben, noch eine Marktkapitalisierung auf der Welt mit ihren Aktienwerten von 54 Prozent ausgemacht. Deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, die USA mal näher anzuschauen, wenn man heute die Aktienmärkte bewerten möchte. Und in Amerika lässt sich das wunderbar darstellen durch den Wheelchair 5000 Index. Also der ist natürlich besser geeignet als der Dow Jones, da sind jetzt viel zu wenig Werte drin oder auch der S&P 500, weil in diesem Wheelchair 5000 Index ist es natürlich so geregelt, dass alle Aktienunternehmen dort gleichgewichtet sind. Das braucht man ja, wenn man die Marktkapitalisierung berechnen möchte. Und das Bruttoinlandsprodukt der USA ist natürlich klar. Also es entstehen dann solche Faktoren, also in Prozent ausgedrückt, bedeutet ja das Ganze folgendes, also ich möchte das dann auch am besten an der Krise 2007, 2009 mal erklären. Vorwegnehmen möchte ich allerdings, dass der Buffett-Indikator jetzt einen höheren Wert eingenommen hat als vor Platzen der Dotcom-Blase. Das bedeutet natürlich, dass, also ich nehme es auch hier mal vorweg, dass die Aktienmärkte in den USA signifikant überbewertet sind. Wie das Ganze sich zusammensetzt, erkläre ich hier. Also wir hatten einen Faktor von 1,405 im März 2000, also vor Platzen der Dotcom-Blase. Wir haben heute einen Wert von 1,409, das ist also der aktuelle Wert. Und im Jahr 2007, vor Ausbruch der Finanzkrise, hatten wir einen Buffett-Indikator von 1,061. Das bedeutet, also damals sind die Märkte weggebrochen und wir hatten im Jahr 2009 einen Buffett-Indikator von ungefähr 0,5. Das heißt also ausgedrückt, dass bei 50% oder 0,5 Faktor wir im Endeffekt einen unterbewerteten Markt vorfinden. Das würde ja bedeuten, im Nachgang wird es auch klar, dass man im 2009 natürlich bei einem unterbewerteten Markt einen super Einstiegszeitpunkt hat, um günstig Aktien zu kaufen. Im Jahr, wenn der Buffett-Indikator dann zwischen 50 und 75% beträgt, also das ist dann ungefähr hier, oder zwischen 0,5 und 0,75, dann spricht man von einem moderat unterbewerteten Markt. Also auch immer noch ein guter Einstiegszeitpunkt. Wenn der Markt dann zwischen 75% und 90% sich befindet, also das ist ungefähr hier in dem Sektor, dann spricht man von einem fair bewerteten Markt, laut Buffett-Indikator. Und wenn der Markt sich dann halt eben weiterentwickelt, wie in den letzten Jahren, dann spricht man bei einem Faktor zwischen 0,9, das ist ungefähr hier, bis 1,15 oder 115% von einem moderat überbewerteten Markt. Also da ist dann moderat überbewertet, aber immer noch okay. So, wenn dieser Buffett-Indikator dann allerdings über diese 115% hinausklettert, dann spricht man von einem signifikant überbewerteten Markt. Was das bedeutet, heißt nicht gleichzeitig, dass man dann sofort ein Crash-Szenario sieht. Man weiß einfach nur, dass Aktien jetzt signifikant überbewertet sind. Und wir haben aber diese Überbewertung schon seit 2016. Also das bedeutet ganz einfach, dass es also auch die Möglichkeit besteht, dass irrationale Märkte einfach mal über Jahre hinweg irrational bleiben. Denn wir haben ja seit 2016 ein Allzeithoch nach dem anderen erlebt. Also auch das ist möglich in solchen Phasen. Aber natürlich auch eins, und das ist klar, ähnlich wie beim Schiller-Cape-Ratio, je länger dieser irrationale Markt Bestand hat, desto klarer und eindeutiger ist natürlich auch das Signal, dass es irgendwann mal rückwärts geht, dass es massiv rückwärts geht, wie viel man verlieren kann. Das haben wir ja in einem anderen Video auch aufgezeigt. Und für mich ist es einfach wichtig, wenn ihr heute eine Anlageentscheidung trefft, dass ihr also solche Indikatoren, wie den Buffett-Indikator, wie das Schiller-Cape-Ratio, einfach mit in eure Anlageentscheidung einfließen lasst. Ähnlich wie man es natürlich umgekehrt auch kann. Wie gesagt, wir haben ja das 3-Speichen-Rat immer wieder. Ich kann es nicht oft genug zeigen. So steht es aktuell. Also wir haben absolut günstige Edelmetalle immer noch. Also Gold und Silber vor allem. Dann haben wir Immobilien auf Rekordhoch. Aktien sind überbewertet. Also ihr seht es am Stand der 3-Speichen-Regel. Auch das ist messbar. Das zeige ich auch immer wieder in meinen Videos. Das Gold-Do-Chance-Ratio sagt hier auch, spricht hier auch eine eindeutige Sprache. Ebenfalls das Gold-Silber-Ratio. Also man kann hier die Emotionen ganz gut rausnehmen, indem man einfach diese ganzen Indikatoren, diese Ratios einfach mal zu befragt, was der Markt im Moment vorhat. Und was mir am meisten geholfen hat in der ganzen Zeit oder in der ganzen Zeit meiner eigenen Vermögensverwaltung, ist ganz einfach, dass ich die Emotionen so natürlich auch rausnehmen kann. Denn eine eigene Entscheidung und eine Meinung zum Markt ist ja immer irgendwo emotionsgetrieben. Und wenn man heute den Markt als Empfehlungsgeber nutzt, und das wäre sowas zum Beispiel, dass ich sage, okay, natürlich gehören Aktien in jedes gut strukturierte Portfolio dazu, aber ein guter Korrelationsmix, sprich über alle Asset-Klassen hinweg, über alle Anlageklassen, also sprich Immobilien, ja jetzt vor allem Edelmetalle, ja nicht vergessen, ja Gold, Silber in den verschiedensten Formen, physisch, vor allem zu Hause lagern, auch Minenwerte, ja die wir schon immer wieder ins Rennen geschickt haben, mit denen wir auch wunderbare Renditen erzielt haben, eben indem wir den Markt gemessen haben, von 2018 bis heute extrem nochmal. Und das ist einfach meine Message an euch, deswegen ist auch dieses Video nochmal entstanden, dass ihr diese Indikatoren unbedingt in eure Anlageentscheidungen mit einfließen lassen könnt und vor allem auch unbedingt müsst, wollt ihr erfolgreich am Markt unterwegs sein, denn sie sprechen eine ganz klare Sprache, ja wir haben seit 2009 diese Aktien-Hoss, ja in der sich also die Aktienmärkte, wenn es einen Rücksetzer gab, innerhalb kürzester Zeit auch wieder erholt haben, in dem Video wie gesagt, welche Verlustmöglichkeiten das es gibt und was man in so einem Crash-Szenario verlieren kann und dass das auch Angst macht, das haben wir an anderer Stelle mehrfach aufgezeigt und wie gesagt, mir war es einfach wichtig, diesen Buffett-Indikator natürlich hier nochmal in diesem Video kurz zu erläutern, ich hoffe es ist mir gelungen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, abonniert doch einfach unseren YouTube-Kanal, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, mir bleibt nur eins zu sagen, ja ganz klar, bleibt doch einfach sicher mit eurem Geld, bis bald, euer Marco Reus. Vielen Dank.